In der theoretischen Physik, insbesondere in der Relativitätstheorie und Quantenmechanik, werden wir regelmäßig symmetrischen und antisymmetrischen Tensoren begegnen. Ein symmetrischer Tensor T, I, J bleibt gleich, wenn wir seine Indizes vertauschen. Konkret bedeutet die Vertauschung der Indizes des Tensors zweiter Stufe als Matrix, dass die Matrix gleich bleibt, wenn wir sie transponieren, also Zeilen und Spalten an der Diagonalen spiegeln. Diese Symmetrie-Eigenschaft von Tensoren ist sehr nützlich und vereinfacht die Berechnungen in der Computerphysik enorm. Außerdem ist diese Eigenschaft entscheidend in der Quantenmechanik, denn symmetrische Matrizen haben reale Eigenwerte. Sie repräsentieren also physikalische Größen, wir nennen sie Observablen, die wir in einem Experiment messen können. Wenn du also einen symmetrischen Tensor vor dir hast, dann solltest du als theoretischer Physiker sofort einen Dopamin-Kick bekommen. Das Kronecker-Delta ist beispielsweise ein konkretes Beispiel für einen einfachen symmetrischen Tensor. Wir haben einen Tensor zweiter Stufe betrachtet. Was ist, wenn der Tensor einer höheren Stufe ist? Wie sieht es dann mit seiner Symmetrie-Eigenschaft aus? Wenn der Tensor beispielsweise vier Indizes hat und er gleich bleibt, wenn wir die ersten beiden Indizes vertauschen, dann sprechen wir von einem symmetrischen Tensor in den ersten beiden Indizes. Oder etwas genauer. Symmetrisch in den Indizes M und K. Ein antisymmetrischer Tensor ändert das Vorzeichen, wenn wir seine Indizes vertauschen. Wenn der antisymmetrische Tensor als Matrix dargestellt ist, dann ist er gleich seinem negativen Transponierten. Die meisten Tensoren sind leider weder symmetrisch noch antisymmetrisch. Aber das Tolle ist, mathematisch können wir jeden Tensor T in einen symmetrischen und einen antisymmetrischen Anteil zerlegen. T ist gleich S plus A. Schauen wir uns an, wie wir einen allgemeinen Tensor T zweiter Stufe in die beiden Anteile praktisch zerlegen. Der symmetrische Anteil S des Tensors T ist In dem zweiten Summand haben wir die beiden Indizes vertauscht und die beiden Tensoren zusammenaddiert. Der Faktor 1,5 ist wichtig, weil wir den Tensor hier doppelt gezählt haben. Der antisymmetrische Anteil A des Tensors T ist Hier haben wir die beiden Indizes vertauscht. Dadurch bekommt der vertauschte Tensor ein Minuszeichen. Auch hier darf der Faktor 1,5 nicht fehlen. Anschließend addieren wir den symmetrischen und antisymmetrischen Anteil zusammen, um den gesamten Tensor zu erhalten. Wir sind fertig. Der erste Summand ist der symmetrische Anteil des Tensors Tij und der zweite Summand ist der antisymmetrische Anteil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017